... glaube ich, eine interessante Teilnehmerin, nämlich Silke Neumann aus Halle in der DDR. 15 Jahre, die jetzige Nummer 1 der DDR in der Rhythmischen Sportgymnastik. Thorndorf Mussorski, der Gnom. Wir hatten eine kleine Unterbrechung. Ich hoffe, Sie sehen alles wieder. Silke Neumann aus Halle mit ihrer Ballübung. Sie hat einen ganz eigenen Stil. Sehr modern. Auch ans Modern Dance ein bisschen angelehnt. Sie dreht sehr schön. Individueller Risiko-Teil. Ist eine Geschmacksfrage, ob einem so ein Schuss gefällt oder nicht. Sie lag nach zwei Geräten in der Zwischenwertung ganz gut im Rennen auf Platz 5. ...